So, ja, es kommt einfach keiner, wisst ihr? Mit Feuer brauche ich gegen den nicht anzutreten. Das macht herzlich wenig Sinn. Passwort drin? Nö, oder? Alter, wenn ich jetzt hier noch mit meinem Passwort rumlaufe, ne, ich sag's dir, ich klasse aus. Ich habe ein scheiß Passwort drin. Ich warte und warte, warum gibt's denn keine Freunde, die mit mir spielen wollen? Warum findet mich denn keiner? Weil dann ist da ein scheiß Passwort drin. Passwort drin. Oh, Junge. Oh, ja, komm. Oh, oh, ja, oh. Ja, gleich, komm. Lass dich halt in dem Spiel echt nicht stressen lassen. Nee, deswegen stehen wir bei der... Ja, komm, oh, komm, komm, ja. Aber lass dich, aber lass dich nicht... Aber lass dich nicht stressen. Okay, ich geh jetzt runter. Kein Funkkontakt mehr. Oh, Gott. Oh, Gott. Nein! Tosti! Bestimmt mit dem nicht, bleib hier. Nein, sprich euch runter! Du Affe, Alter, muss... Bist die selben Linie. Ja, du geile Null. Geile Null. Ähm, und zwar, wenn ich jetzt... Sag mal, Dacast, du kommst zu mir und sagst zu mir, ey, kannst du mir mal beim Umzug helfen? Und ich sage, Null. Schlechtes Karma, ne? Schlechtes Karma. Und ich komme dann zu dir und sage dir, ey, kannst du mir dabei helfen, meine Tapete zu wechseln? Du wirst eher Nein sagen, als dass du Ja sagen würdest. Die Wahrscheinlichkeit, dass du mir, wenn ich dir etwas Schlechtes antue... Tosti! Tosti! Aknika, ich sage mal Akkani. Wisst du? Weil Akkani mein Schützname von dir ist. Ja! Aber wie kommt eigentlich auf den Namen Aknika? Hat das eine special Bedeutung als eine andere Sprache? Ja. Stand auf meiner Handcreme. Kein Witz. Ich habe auch seinen Namen für den B&B-Schlag. Also das war eine Tiefelbeutung für immer feuchte Hände. Tosti! Loll! Ich habe was gesehen, was ihr nicht seht. Ich schwöre. Krass. Und ich habe auch nicht deine Augen. Warte. Ich komme gleich mit einer Überraschung wieder. Ich freue mich drauf. Keine Hände. Jetzt hörst du gleich so eine Staubwolke und da prügeln sich so zwei. Ich komme gleich wieder. Ich komme gleich wieder. Kommt doch mit einem Pferd da raus. Tosti! Jetzt kommen sie mit einer Widowmaker wieder um die Ecke. Pass auf. Jawoll! Oh, nee. Ich komme ab, ey. Please, no. Du hast es vorausgesagt. Erst mal raus. Weil ich auch in dem Moment piekte die wirklich, ey. Oh. Nice, Alter. Tosti! Aber wenn ich jetzt nicht mehr, wenn ich nicht mehr Tank spiele, dann kommt irgendwer mit einem Hamilton um die Ecke. Zwei von zwei für heute, würde ich sagen. Ich hasse es manchmal so gut zu sein. Tosti! Oh, mein Gott! Alter! Alter! Noa, du bist so ein Safe, Alter. Oh, mein Gott, Alter. Jetzt heiratet er mich! Oh, mein Gott! Das war die intensivste Scheißrunde EU-Nord. Tosti! Tosti! Und dann bin ich dann absolut geil, weil ich dann alle Chikos und Chikos und Chikos da draußen der Skyman ist hier genauso, wir haben ja keine Runde. Ja, also ihr habt die Runde eigentlich schon gesehen. Und ich versuche hier gerade was mit FaceRack. Ja, es ist der Wahnsinn. Und ja, ihr habt jetzt ein kleines Best-Off gesehen. Die werden jetzt unregelmäßig kommen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es schaffen würde, ein monatliches Best-Off zu schneiden. Das weiß ich nicht. Ähm, ich gebe mir mal die beste Mühe. Ähm, glaube ich aber, das wird nicht passieren. Das wird jetzt nicht passieren. Nein. Ähm, es werden aber noch ein paar andere Sachen auf diesem Kanal wieder drauf kommen. Und zwar mal gute Runden. Wenn ich sage, ey, ich habe zum Beispiel mit den Titanfall eine gute Runde gehabt. Oder, ähm, es war eine gute Rocket League Runde gewesen. Oder wir hatten so zwei, drei gute Runden hintereinander gehabt. Dann, ja, wir werden auch drauf kommen. Oder wir hatten mal eine Diskussionsrunde, eine interessante Diskussionsrunde in Minecraft. Und dann wird das halt auch mit drauf genommen. Und danach eure Meinung gefragt. Ähm, das war jetzt so mein erster Versuch mal ein Best-Off zu schneiden. Ähm, ich habe noch gar keine Ahnung, wie man ein Best-Off schneidet. Ähm, ich habe schon einiges geschnitten. Montage, Reportagen und da hast du gesehen. Aber das ist halt was komplett Neues. Und, ähm, daher, äh, ja, nämlich mal schauen, wie das, äh, rüberkommt. Ähm, vielleicht habt ihr Tipps, Ideen, Anregungen, wie man sowas besser machen kann. Was euch eher in den Sinn kommt, als das, was jetzt hier gekommen ist. Äh, und, ähm, ja, das ist übrigens Facebook. Äh, Grüße gehen raus an die Leute. Ähm, genau. Ähm, naja, schon wieder. Na, ich habe schon mal, ich habe schon gesagt. Ja, ich habe viel, viel, viel Spaß mit diesem Ding. Ähm, deine Funktionen, die ganze Brille ist das echt beschissen. Ich zähle nochmal meine Brille auf, wenn sie die jetzt mit Brille ist. Ich würde eigentlich ganz klar machen. So, ich ziehe ich Brille auf. Okay, äh, kriegst grad irgendwie hinne mit Brille. Sonst, äh, das ist mit den Augen, wie die hoch und runter gehen, die die Augenbrauen so, die dann zucken sind. Und, ich mach halt gar nichts. Ich mach halt originalen nichts. Naja, ist ja egal. So viel wollte ich gar nicht sagen, aber nicht zu viel ab. Jedenfalls, ja, das ist jetzt, das ist jetzt der ganze Sinn, dass mal Feather Games wieder, ähm, ich will jetzt das Neues aufbauen. Alle Informationen findet ihr, ähm, jetzt in der Infobox auf Twitch. Schaut gerne dann bei Twitch vorbei, wenn euch die Besten, wenn euch die Besten gefallen hat, wenn euch die Szenen gefallen haben. Ähm, je mehr Leute da sind, desto mehr kann halt auch passieren. Und daher bedanke ich mich hier, dass man soweit fürs Zusehen. Wir haben unten in der Infobox auf alle nötigen Links und Informationen. Ansonsten sehen wir uns heute immer wieder online. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.